Hallöli und guten Tag hat er gesagt. So, ich hab noch ein bisschen Res-Benzin. Ich glaub, da ballern wir jetzt hier schon mal rein. Ja, 420 noch. Ach, da geht er sofort los. Kann ich hier nicht einen Schalter ranmachen? Ob der den einspeist? Oh, guck mal, sind ja schon zwei weg. Ist ja ein bisschen doof, ne? Okay, dann werden wir das mal nicht so machen. Aber ich werd hier schon mal die restliche Benzinmenge herstellen. Aber zwar ein bisschen überviel, aber naja. Ist ja schon nicht so wild. So, den Rest haben wir hier alles. Das müssten wir eigentlich hier noch ein bisschen hochgraden. Da fehlt uns auch noch ein bisschen Material. Ich guck mal gleich, ob die Büsche da so ein bisschen noch gut sind. Na ja, ich glaub, der kommt jetzt, um zu sterben. Weil astmäßig ist jetzt, hier können wir noch ein bisschen was machen. Na, ich glaub, so viel haben wir jetzt auch nicht mehr. Äh, doch, um 90 geht eigentlich, ne? Na, hier so ein bisschen noch herstellen. Äh, ne, wo war ich denn hier? Den Newton-Stuff hier. Wir haben mal den Newton-Stuff. Sonst haben wir hier auch noch was. Och, guck mal, wir haben ja hier eigentlich genug zum Updaten. Oh, ja, ja, ne Steherstand. Machen wir das hier nochmal ein bisschen schöner. Müssten wir eigentlich dennoch, aber dazu werden wir, glaub ich, heute nicht so kommen. Da noch durchgehen und, äh, ein bisschen gucken wegen Reparation. So, das war ja alles hier schön. Hier hinten zwei sind. Sehr schön. Achso, ne, hier ist ja noch mehr. Halt doch, ein bisschen Eisen fehlt noch, ne? Kann ich nicht beide machen. Das ist aber schlecht. Was fehlt hier eigentlich? Ja, kein Durchgang, aber vorher war ja hier mal ne Tür drinne, noch vor Aion von, äh, Jahren. Aber, Quatsch. Ah, das ist ja auch schon, ja. 80.000 Jahre her. So. Ne, dann können wir das nur hübsch machen, dann ist sie gut. Die sind alle vollgeladen. Könnte man sich eigentlich fast überlegen, noch ne Batterie zu bauen. Was ich denke mal auch machen werde, einfach um ein bisschen safe zu sein. Ne, da hinten wollte ich hin. Da sieht es nämlich ordentlich schon mal gaut aus und wir sind batteriemäßig äh, gedeckelt. Die Frage ist natürlich, ja, wie viel, äh, kann man denn eigentlich hintereinander schalten? Das ist auch noch so interessant. So, ich bräuchte nur Batterien. Müssen wir hier mal reinluschern. Und wie viel wir hier noch haben. Hier haben wir nichts. Aber hier, guck mal. Zwei können wir echt noch herstellen. Können wir den nur noch so bauen? Naja, dann ist das halt so. So, die dann gleich upgraden. Impulstransformator und elektrische Platte. Impulstransformator. Ne, sowas haben wir nicht. Doch. Und elektrische Platte. Ach, siehste mal. Das ist halt geil. So, geupdatet. Können wir hier nochmal gucken. Der hier letztendlich speist ja den ein. Ne, das geht natürlich dann nicht. Der muss ja dann den hier einspeisen. Und letztendlich speist du jetzt die Geschichte hier ein. So, und hier ist das denn das gleiche. Ne. Du machst nicht mehr den. Sondern du speist jetzt den hier ein. Und du machst den hier. So, dann gucken wir mal, was die Bebüschung da unten macht. Habe ich denn eigentlich noch so was wie Mist und alles so was einsteckend? Ach, ein bisschen haben wir noch. Aber ich glaube, ich werde doch mal so ein bisschen kochen noch, ne? Danke, Ast. Ja, geht eigentlich schon. So ein bisschen was kriegen wir ja schon, ne? Ich glaube, wenn wir hier denn mal so sind, dann können wir hier auch eigentlich unsere unsere anderen Beete hier, ne? noch hinbauen. Kommen wir halt gleich mal gucken, was wir dazu brauchen. Aber ich würde es hier jetzt auch hinballern. So. Gucken wir mal. Nicht hier, sondern, ne? Eigentlich hier. Das ist ja. Hier ein normaler. Braucht man nur einen Kleinstein, okay? Vielleicht denke ich mal, wir pflanzen einfach mal an, wegen späteren Essen. Dann können wir ein paar Updates essen machen, die uns dann ordentlich guttun werden. Dann ist schauen. Schauen, schauen, schauen. Schön. Auf deutsch. So, kleiner Stein. Der ist hier drin. Wie viel können wir denn davon bauen? Nee, wir fehlen ein paar, ne? Aber ich hatte, glaube ich, hier genug Nägel. Also, sechs Stück. Wir haben ja eigentlich so wünschenswert. So. Geil. Die sind jetzt auch fertig. Da können wir das auch gleich machen. So. Einen Bauernhof pflanzen wir an. So. Hier. 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 So. Sechs Stück sollten reichen. So. Dann brauche ich noch Mist. Sechs mal Mist auf jeden Fall. Das lohnt sich hier echt schon, ne? So. Wartungskids brauchen wir denn noch. So. Mist und Wartungskids. Gebt mir das ganze Kuppa. Also, das lohnt sich schon, ne? Dadurch, dass wir ja jetzt nicht ganz so viel unterwegs sind, das war... Ja, was heißt, darauf angewiesen? Jetzt sind nicht unbedingt, aber... So, erst der letzte, der danach lädt. Einen Balken hat er schon, sonst die anderen hat er schon transformiert zugesehen. Das ist ja eigentlich ganz gut. Ähm... Mist. Mist. Erstmal ne Runde Mist. Dazu brauchen wir kleine Fleisch und Darm. Hier ist der Darm. Hier ist der kleine Fleisch. So viel Darm haben wir gar nicht mehr. Weil ich den mal weggehauen habe. Aber machen wir den erstmal hier. Können wir ja 21 herstellen. Das ist gut. So, Wartungskids. Acht. Weil dem wieder Blatt fehlt, okay. Naja, gut. Da sind wir zumindest ein Herzer, bis der Creepy Night ordentlich gedeckelt. Die kommen ja nicht gleich. Die werden erst danach dann wieder so sagen, so... Äh... Mach mal bitte Wart. Gib uns Blatt. Ein bisschen Blatt haben wir ja noch. Und ich glaube, irgendwo haben wir auch noch... Die werden wir ja nicht alle verballert haben, oder? Die ganzen Wartungskizzen. Nee, glaube ich nicht. Glaube ich, glaube ich einfach nicht. Mal ein bisschen so Licht machen. Mal einen Kaffeeschluck nehmen. Oh. Ist natürlich die Maus so hoch, dass er das jetzt hier nicht wieder anwählt. So, und dann kommen wir eigentlich noch zu den eigentlichen... Eigentlich noch zu den eigentlichen... Äh, zu den Schönigkeiten. Ich werde mal erst mal hier... Das ein bisschen rausnehmen. Soll ich meine Tasche ein bisschen aufräumen. Und dann werden wir updaten. Ne Runde. Ja, ja. Kannst ja auch... Ein bisschen reparieren. Ne, aber updaten von dem Zeug, wo ich denke... Oder bei denen ich denke... Dass man das jetzt hier... ...noch schön machen kann. So. Was haben wir hier denn noch eigentlich? Also ein paar Sachen brauchen wir ja so oder so. Ich glaube erst mal hier die teuren Sachen, die haue ich hier rein. Das hier, Stecker, Batterie, Platte... Das hier noch, das hier noch. So, das sieht schon mal richtig, richtig gut aus. Oh, und dann hier den einen können wir noch wegmachen. Und essensmäßig auch. Ein bisschen Brut. Ein bisschen Kompott. Kleine Fleisch. Hähnchen. Obwohl, der würde ich eigentlich braten. Wenn ich darf. Darf ich das beraten? Moin Katze. Ist ja schön, dass sie auch mal da sind. So. Dann nehme ich die hier unten alle mal raus. Unsere Updates. Gehen wir den Scheiß mal auf. So. Hier. Das nehmen. Nehmen. Oski. Wenn du dich ein bisschen besser hinlegen würdest, werdet mal wieder eine richtig geile Sache. Nehmen. Nehmen. Ah, die kann man ja... Ich glaube Stufe 5 war der Töße, ne? Mehr geht ja gar nicht. Also wenn wir da 5 Stück Stufe 5 haben. Dann ist sie gut auf Deutsch. Nehmen. 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 Wollen wir mal gucken. Wir haben ja die letzten Tage so ein bisschen gesammelt an Viehzeug und so weiter und so fort. Ich bin natürlich mal gespannt, inwiefern das jetzt erreichen mag oder auch nicht. Irgendwer dampft hier. 71er Brücke können wir natürlich auch mal reparieren. Ne, wir könnten eigentlich auch unsere Werfer dahin ballern, ne? War das hier? Ja. Wir können nichts mal... Wir brauchen noch Schmiermittel und Knochen. Schmiermittel hatten wir, glaube ich, irgendwo hier. Kann man eigentlich Schmiermittel auch herstellen? Ne, Knochen hier. Ich will ja mal gucken, ob man Schmiermittel herstellen kann. Also hier auf jeden Fall nicht. Ich denke mal, hier auch nicht. Hier ist ja nur so eine Sache. Hier können wir auch noch updaten, wenn wir wollten. Hier ist auch nichts Schmiermittelmäßiges. Hier ja so oder so nicht. Könnte ja eigentlich nur noch hier sein. Aber ich glaube auch nicht. Ne, ich glaube Schmiermittel kann man sogar nicht herstellen. So, hier. Updaten. Herstellen. Herstellen. Können wir die erstmal. Zwei davon. Und jetzt fehlt hier schon wieder was. Und zwar Schmiermittel. Wer zum Umschmieden von Fallenänderungsteile verwendet. Enthalten, Beute. Ich weiß nicht, ob wir drüben noch was haben. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ein Schmiermittel. Hier auf jeden Fall auch nicht. Also hier haben wir hier noch die Vierer. Wir sind ja auch hier drüben noch was haben. Ich würde ja gerne eigentlich nochmal nachgucken. Das glaube ich mache ich auch. Klar, aber in den Kisten, wir werden ja kein Schmiermittel haben. Ich glaube Schmiermittel kriegt man dann wirklich nur, wenn man so rumläuft und dann diese Kisten findet, ne? In Häusern. Woher immer. Ja, ich müsste eigentlich mal gucken, ob ich mal ein paar Pfeile nochmal herstelle, ne? So, dann nehmen wir mal die Pistole weg und wieder unser Liser-Schwert. Von der Warte aus weiß ich gar nicht, ob hier jetzt noch was drin ist. Irgendwas spannend. Äh, nö. Ach, du alter Knutsch-Fink. Dreckiger. Ist ja wieder Lidsch. Ich brauche, äh, Schmiermittel. Also ich nehme es natürlich wegen der Waffe und wegen den Schneggers. Kein Problem. Kühlschrank natürlich wegen Eisen ähnliches. Ups. Ja, hallo. Ja, hallo. Na, Luke wäre ja enttäuscht von mir. Guck dir mal her. Wer soll das sein? Ja, er war auf jeden Fall jetzt nicht das Schönste. Die Danebenhauquote ist ja auch ganz richtig geil. Besonders Danebenhauquote. Und zeigt mir, dass hier was schön drin ist. Also Schmierstoff mäßig ist es jetzt aber auch nicht toll. Achso. Hier kann ich ja... Hier ist für den Arsch. Ich weiß gar nicht, ob wir denn das nächste Mal wieder in die Stadt wollen. Eigentlich würde ich nur mal schnell... Wirklich auf die höchste Schnelle... Und da dann gucken, ob da noch Schmierstoff ausgibt. Weil es schon Stunde 23... Ist jetzt ja noch nie so wild, muss ich sagen. Ich bin nochmal gespannt, wie es denn abgeht. Ob wir alles erfüllen können von denen. Wir können natürlich auch hier die 10.000 runtergefallenen Sachen aufheben. Haben wir zumindest eisenmäßig alles parat. Alles parat. Vielleicht hat das Auto ja ein bisschen Schwierstoff. Das sieht doch nicht so aus. Hier wird sie nicht hoch. Sonst krabbelt sie überall hoch, Madame. Aber da jetzt nicht, oder was. So, Schmierstoff? Nö. Schmierstoff? Nö. Ey, ich werd's hier nicht haben. Darm brauchen wir. Ne. Das Fette brauchen wir nicht. Mh, nö. Auch nö. So, und hier? Hier? Auch nicht. So. Okay. Nix bei. Traurig, aber wahr. Bleib mal. Bleib mal. Bleib mal. Sag mal, du fehlst mir noch für den Braten. Ah, ein Klaps auf den Arsch reich, ne. Und das Ding jammert. Guck mal, wer... Okay. Schweinehaut, aber ist auch der Wichtigste. Gut. Ne, brauchen wir gar nicht mehr. Interessiert mich nicht. Ja, dann müssen wir wahrscheinlich wieder in die Häuser gehen. In die Stadt rein. Und dann, äh, mal gucken, was das da so schönes gibt, ne. Da bin ich mal gespannt. So, im Endeffekt. Ja, gleich geht's los. Da bin ich sehr gespannt. Ob auch die Raketenwerfer müssen wir ja auch noch, glaube ich, ein bisschen näher stellen, ne. Munition? Sollte ihr vielleicht mal jetzt so gucken. Jetzt sind wir hier natürlich hier links und rechts gerannt. So ein bisschen, ja... Nichts... Oh, guck mal, das kann man ja noch upgraden. Mit Blatt Papier. Äh, mit, also Normalblatt. Die sind auch schon wieder fertig. Also, Ö-mäßig, so viel verbrauchen wir ja nicht, ne. Wenn wir jetzt da 7, 9 ziehen, ne. Also jetzt im Durchschnitt mal 15 kriegen. Das ist dann viermal die Stunde. Dann ist das natürlich dann auch ne, ne heftige, lange Sache, ne. So. Gut. Dann ist das ganz fein. Ich möchte hier mal kurz gucken. Wie viel... Oh. Wie viel Schuss... Ach, der hat nämlich gar nichts. Gut. Müssen wir ja da ja auch noch was herstellen. Das dachte ich mir ja fast schon. So. Die laden sich da. Das ist erst zwei Balken. Auch nicht so geil. Ähm... Hier. Das ist, glaube ich, erstmal so der Wichtigste. Ach, ne. Eigentlich nicht. Eigentlich ist der Wichtigste, da ich die Fallen erstmal reinsetze, ne. Bevor die jetzt alle kommen. So. Gut. Erstmal den rein. Du kriegst ein Stachel, ein Stachel. Ein Stachel. So. Dann sind die wieder drinne. Dann bin ich da schon mal beruhigt und befriedigt. Na, wo ist er denn jetzt? Einfach weg. So. Und dann Munition herstellen. Die haben wir jetzt weg. Wie sieht's denn hier aus mit der Munition? Hier. Müssten wir ja eigentlich genug. Also da brauchen wir eigentlich nur Kupfer. Und ein bisschen hier, äh... Und ein bisschen hier, äh... Ja, siehste. Viel haben wir ja nicht mehr. Er hat begonnen. Irgendein... Irgendein... Achso, ja. Stimmt. Wir haben hier Holz und sowas. Ja, alles mitgenommen. Ein bisschen Platz machen hier, ne? Zement noch weg. So, dann können wir Kupfer noch ein bisschen herstellen. Und dann können wir hier ein bisschen noch... Tier herstellen. Warte mal. Lass mich erstmal anmachen hier. Und dann geht's los, ne? Und normalerweise würdet ihr jetzt so sagen... Ja, hier. Wir haben ja schon Minute 22. Der bricht jetzt ab. Ne? Und da muss ich euch recht geben. Aber... Heute nicht. Heute sag ich mir, los, komm. Lasst sie mal langziehen, die Folge. Wir haben ja sonst eh nichts. Ich hab Urlaub. Ihr habt Zeit. Ne? Das wollen wir uns mal... Ja, geben, ne? Also, das wollen wir uns mal... Das haben wir uns verdient, ne? Auf gut Deutsch. So, jetzt haben wir das nämlich auch weg. Ein paar Schuss haben wir auf Deutsch. 18, 18. Wie viel hast du... Ist hier jetzt irgendetwas kaputt gegangen? Ist hier noch was explodiert? Ah, hier. Sonst noch was? Nö, ne? Wollte ich schon sagen... So viele dürfen jetzt hier aber nicht... ...nach oben kommen. Ja, cool. Die kommen natürlich nach hier hinten. Und den werden wir auch mal aktivieren. So, irgendwas funktioniert hier noch, ne? Weil der hier ist ja... ...geht ja gar nicht aktiv. So, den werden wir auch mal anmachen. Falls die denn schon kommen. Warum ist der nicht aktiv? So, bei der... Oh! Der wollte schon sagen... Irgendwas haut doch schon wieder hier hin. Dann ist es natürlich ungeil... ...wenn die hier alle... Ist einfach zu viel, ne? Wahrscheinlich. Aber den muss man da nicht updaten, oder was? Boah, dieses mit dem Feuer geht mir so auf den Sack. Warte, das ist einfach zu viel hintereinander, ne? Das müsste man eigentlich separat machen. Ach, die haben da... Ja, oh, ho, 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 ho. Die haben ja alles kaputt gemacht, ne? Guck mal, die stehen hier weiter oben. Diese Dini eigentlich komplett separat ziehen Das war vom Generator oder irgendwo Jetzt halt ja ein bisschen was zu tun hier ne Okay einer der kann das gar nicht so herstellen oder was? Heftig Heffend nur heftig Aber der macht doch nichts weiter als Ja höchstens Nordin hier ne Aber Aha Aber da frage ich mich was so die Logik ist Wenn ich nicht so sehe Weder sind wirklich zu viel hintereinander Was ich mal nicht so richtig nachvollziehen kann Oder ist einfach nur dumm gemacht Ja Schatz klar Wollen wir um Der ist ja nur ein gespeist ne Ich hoffe bloß da hat die anderen jetzt von einer Mann du gehst mir so auf den Sack ey Wo bist du denn? Meine Fresse wie kann man hier so auf den Sack gehen? Wie kann man hier so auf den Sack gehen? Das größte Problem ist auch Das größte Problem ist auch dass die hier alle hier so nach oben holen ne Die haben hier komplett alle weggerissen Und das schlimmste ist Dass das jetzt hier nicht mehr separat geht Das ist ja auch noch so richtig nervig Oh das bricht aber an Warum? Also klar ich kann nicht so Oh ich spring da noch rüber Ich kann nicht ja so nachvollziehen dass das so ein bisschen doof ist ne Aber was ich nicht nachvollziehen kann Dass das hier alle explodiert auf einmal Und jetzt sag's hier Die alle Hier ist doch jetzt nichts weiter dabei Der hier Der hier Der eine Ist das wirklich bei einem Batterie zu viel ist? Ja den haben sie ja jetzt unten hoch ab Eилиi Da sind jaят Wo ist meine UI? Wo ist meine zu sagen? Hier geht auch nix mehr waj Weizen Wo ist meine UI? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ach, ich hab ja auch gar nichts mehr, ne? Das hätten wir jetzt ja erst auch. Naja, ihr könnt ja mal herkommen. Ach, guck mal, da hinten. Ah, sieht schon ein bisschen nice aus. Abhauen. Ah, Baum, ja, Baum, Baum. Oh, sind ja zum Glück heute gar nicht viele, ne? Sind ja endlich mal alle da? Oh, guck mal, weil die auseinanderrumpen, ey. Meine Fresse. Ihr wollt ja hier vorne ja eh mal ein bisschen neu bauen, ne? Aber so war ich es jetzt auch nicht gemeint, eigentlich. Ist ja jetzt über die Feiertage endlich mal ein schönes... Ja, genau. So, genau. Du nutzt es natürlich immer richtig schön aus, ne? Ja, genau. Ja, genau. Dass du immer am Busch hängenbleiben musst, ne? So einbeklopptet... Ne, 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 ne. Klar, ich hab so ein bisschen vielleicht übertrieben mit meinen Batterien da oben. Ich verstehe das ja auch alles und es ist ja kein Problem. Ja, die meisten haben ja kein Bock mehr auf mich, guck mal. Ja, du siehst mal, ja, und rennst du da hier so völlig bekloppt, völlig bekloppt, meine Damen und Herren. Völlig bekloppt. Hat sich ja heute gelohnt, ey. Das hat sich ja heute richtig gelohnt. Das macht auch richtig Spaß. Ich sag mal, viele sind es ja nicht mehr, ne? Viele werden sie auch nicht abreißen, bla, Kekse, ne? Und sowas. Da kann man ja wieder klugscheißern ja jetzt ja darauf kommen müssen. Aber ich dachte jetzt, die eine Batterie würde ja jetzt nicht so den Unterschied machen, ne? Und manchmal, äh, sag ich mal, geht ja der Scheiter oder irgendwas auch so ein bisschen kaputt und dann ist es wieder gut. Aber das jetzt da hier, boah, nee. Das ist übertrieben. Das ist einfach übertrieben. Besonders, da du ja die Batterien, die packst ich ja in Reihe. Und denn soll, weil nur ein Gerät da dran ist, was ein bisschen durchpumpt, soll da gar nichts mehr funktionieren. Jetzt muss man mal an die erste Base denken. Da geht ja alles, ne? Ey, völlig bekloppt, ey. Völlig auf Knacks. Naja, kommt mal ruhig alle. Besonders hier, du. Naja, und schon wieder hasse ich dich, ey. Ob könnte er jetzt hier bei jedem Schuss mich treffen? Naja. So viele seid ihr nicht. Ich seh das schon. Ist wirklich so. So viele sind's gar nicht. Na ja, dich hasse ich auch. Du bist auch so ein hässlicher Vogel. Ja. Macht hier nicht so viel kaputt, ne? So lange hier so noch ein bisschen Flammenwerferfeuer hier rumgeht und sowas, ne? Bin ich eigentlich recht glücklich. Na ja, jetzt hat er mich erwischtet, aber. Na ja, brennt man alle so... Ja, genau. In your face, ey. Ah. Ich war kurz davor. Boah, ist das nervig, wa? Und das wegen einer Batterie, ne? Das muss man sich mal vorstellen. Wegen einer bepissten Kackbatterie. Das gibt's auch ja nicht, wa? Ey, geh am Stock, ey. Geh wirklich am Stock. Das ist doch nicht auszuhalten, ne? So was unlogisches. Na ja. Haben wir hier mal so ne lange Ex-Sterbe-Folge. Die Juni ist so glatt für alles. Glatter als ein Aal. Ist schon klar. Aber das war jetzt nicht so geil. Na ja, aber das zeigt ja, dass wir dann mit der Batterie ordentlich noch was zu tun haben. Da ich das wirklich so einzeln machen muss. Hier drei Geräte und sowas. Aber dann brauchen sie auch gar nicht so einen Verteiler anbieten, wenn sie sagen, ey, pass mal auf. So einen Verteiler kann sie acht Geräte anschließen. Ne? Also hat acht Stecker. Aber bitte nur drei. Weil sonst, äh, ne? Das, äh, das könnte man ja eigentlich ein bisschen so dazu schreiben. Ich hoffe bloß nicht, dass sie mir oben alles noch wegreißen. Weil das wäre nämlich richtig tragisch. Sondern, dass die einfach nur jetzt so hier unten ein bisschen aufgeräumt haben. Dann ist eigentlich gut. So, danke. Jetzt halt auch mal endlich wieder ein bisschen was zu fressen. Ja, brenn ruhig, du, Assi. Wirklich mal. Brennt. Ich glaube, ihr werdet sämtliche Verbindungen erstmal töten von der Elektro. Und das komplett neu machen. Auch so mit den Batterien und so. Alles klar. Wir machen hier nur einmal hier eben mal durch hier. Wenn ich jetzt nochmal sterbe, wa? Ich wollte gerade sagen. Jetzt fall doch mal um, du scheiß Arsch mit Ohren. So. Gut. Ja. War da easy eigentlich, oder? Also, pff. Ich sink hier immer tiefer, aber war eine einfache Nummer, würde ich sagen, wa? Oh, meine Fresse, ey. Meine, meine Fresse, ey. So, wie sieht's von vorne aus? Wahrscheinlich genauso beschissen wie von hinten. Ja. Der Eingang hat sich minimal verändert, aber wir wollten eh neue aufbauen. Um meine Ausrede mal ein bisschen so zu zeigen. Wir sehen uns das nächste Mal beim Wiederaufbau. Ciao. Wir sehen uns das nächste Mal beim Wiederaufbau. Wir sehen uns das nächste Mal beim Wiederaufbau. Vielen Dank.